Wir sind zurück. Juhu! Wir haben es geschafft. Zwei Jahre sind vergangen nach dem Album When I Sing, was wir hier im Cliff-Studio produziert haben mit dem Roga Wahlmann, also wir, das Wir sind Roga und ich, wir haben das produziert und jetzt endlich habe ich es geschafft, wieder an Rogas Tür zu klopfen und zu sagen, Rogi, es soll weitergehen und das tut es jetzt. Und wir haben auch ein paar neue Ideen eingebracht und zwar fangen wir an mit einem Whiteboard, das habe ich mir bestellt, das ist eine weiße Tafel und da kann ich schon noch rumkrickeln, weil ich krickel ganz gerne ab und zu mal. Und ja, das wird sehr spannend, mal gucken, bestimmt auch ganz lustig. Ja, und ich freue mich natürlich immer über Abonnierungen von euch, von meinem YouTube-Channel und über Mails und über Likes und ihr könnt auch gerne das Album schon vorbestellen. Ich weiß noch nicht, wie es heißen wird, da sind wir noch im Empfindungsprozess, aber das geht jetzt los und den nächsten Song oder überhaupt den ersten Song, den wir euch präsentieren wollen, das ist Dance With Me. Ich bin jetzt aufgeregt, hoffentlich mögt ihr es.